So, hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Nummer 3. Und ja, mal gucken. Schauen wir mal, wie viel wir falsch haben bei den 76. Echt. Machen wir diesmal eine kurze Folge. Die letzte Folge ist doch schon wieder... Es wirkt lang geworden. Wir haben ja bloß zwei Wörter mehr gemacht als sonst, aber naja. So, to go home. Att... Gå hem. Och gå hem. At home. Hemma. Hemma. It hurts. Det gör ont. Det gör ont. Att följa. Och följa. En flygplats. En flygplats. Att städa. Att rena. Alltså, rena. Ren. No, ren match. En nattclub. En nattclub. En nattclub. En nattclub. Ich glaube so. Ich antar es. Ich antar es. Mehr. Mehr. Also, flere. Fler. Also, noch fler, okay. A stein, ein fleck. Ein fleck. Ein fleck. Such soren. Som. Oh my god. Oh god. Ett år. En åsikt. Oh gud. Oh gud. Ein ättert. Oh bevakade. Oh bevakade. Oh bevakade. Mm, nicht mehr in. Oh bevakade. Oh man. Oh bevakade. Än uppsats. Ein uppsats. Att tro. Oh bevakade. Und zu denken. Und zu kosten. Ein Datum ist ein Datum. Ein Datum. Ein Zeitpunkt. Ein Malmöpsen. Ein Tidskrift. Es gibt drei gleiche Buchstaben nebeneinander im Schweden. Ich habe mich gekriegt ein Living Room und ein Vardagsrum. Ein Universitet. Ein Ben. Ein Rippen. Warum geht das nicht? En-rib-bin Weiß das nicht En-rib-ba Gibt's das? Ein-rib-bin 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 Ich würde mich doch gern ein bisschen verbessern So wird das nichts Ein-tag-station Ein-tag-station Kussbetspenna Und das andere ist blyärtspenna Blyärtspenna Ein blyärtspenna Ein konstnär Ein servitris Att väga Att väga En Bröst Ett bröst Ett bröst Ett bröst Ett bröst Tung Reb-rib-bin Ett revben Glas 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 Ögon Glasögon Glasögon Ett hav Ett hav Ett hav Quicker Fortare Fortare Ett ansikte Ett ansikte Ett kök Ett kök Ett kök En journalist En journalist En journalist Och Brytet Brytet Ich weiß es nicht. Brüttät? Brüttät. Mensch. Brüttät. Brüttät. Ah ja, kapasiert. En bibliotek. Es ist ein bibliotek. Bibliotek. Ett bibliotek. En lawyer. En advokat. En advokat? Ja. Att bli. Och bli. Sjätte. Sjätte. Seriös. Seriös. En toalett. En toalett. Det är juli. Det är juli. Det är juli. By the way. Förresten. Vad menar du inte? Förresten? Ägypten. Äh. Äg. 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 Kanada. 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 Kärr. Och komma i tid. Och komma i tid. Brötet. Kanada. Kanada. Na, man hat aber nicht vier Punkte zusammenbekommen. Bisschen enttäuscht. So, und jetzt gucken wir uns die restlichen Wörter. Machen wir gleich weiter. Machen wir gleich weiter. Once. Ja, ein gång. Och färg, less, mindre, nein, färre. Äh, att jobba. Alltså, at work. I jobban. Alltså, i jobbet. På jobbet. Den blöd. På jobbet. Ja, man kan inte riktigt kika på den där. Flight. Flyget. Flyget. Stoff like that. So, don't there. So, don't there. To have breakfast. Att äta frukost. Och äta frukost. Måglödelig. Hellre. Hellre. En doktor. En doktor. En examen. Opsa. Äh, examen. En examen. En, um, 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 um. Also, en pierse. Also, pierse. En pierse. So schreibt man das genau. Äh, et hotel. Et hotel. Also ein paar Sachen, wo man jetzt gehabt haben letztens, haben wir jetzt richtig gehabt. Ich glaube, das ist alles so ziemlich falsch. So, Alma Tourist. Ja, ich war ein Tourist. Ja. Ja, ich war ein Tourist. Und womit? Att kräkas. Und kräkas. Ja, das weiß ich auch. Ein Park. Ein Park. Ein Park. Ett paket. Ett paket? Ja. Möblar. Möbel. Alltså, möbel. Furniture. Möblar. Möblar. Ah, mit er. Tänker. Möblar. Gud. Gudsjelov. Gudsjelov. Attrak. Ett spår. Ett spår. En herre. En herre. Äh, oj, då. Oj, då. Seriös. Seriously. Was ist seriösly? Was ist seriösly? Really? Seriös? Oh, das ist richtig. Straight. Ragt fram. Ragt fram. Das hat mir jetzt auch falsch. So, dieses Mal haben wir also ziemlich alles richtig von den Sachen, die wir letztens falsch hatten. Ist das schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir alle wiederholt. Gucken wir mal, wie viele haben jetzt noch falsch. Vorher waren es 32. Sind hochgegangen auf 34, ja. Jetzt haben wir noch falsch. So, 35. Nein. Und nochmal gucken. Jetzt nichts zu wiederholen. Dann haben wir noch 22 falsch. Wir haben uns verbessert. Ah, ich bin so stolz auf mich. Super. Gut. Nächstes Mal beim Harder Nummer 4. Ich würde sagen, jetzt können wir den ganzen Ding machen. Ist diesmal eine kürzere Folge gewesen. Und das sind ja eh dann ungefähr 150. Das sind 154, aber egal. Das wird dann eine ganze Folge. Dann machen wir weiter mit Nummer 5. Ja, soll so funktionieren. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.